Guck, Vermis, guck mal hier oben. Hä? Hä? Oh Mann! Der kann sich auf den Weg in der Luft! Hä? Herr Pickel! Bartikel! Hält nur Bartikel! Ja. Das war grad so lächerlich. Dann ist einer noch. Wieder unten. Normal OP-Wing, normal OP-Wing. Ist einer von euch down jetzt mal? Schicka, ihr solltet hier down gehen. Ich spring doch jetzt auf mich. Ja der rennt durch von uns im Bett. Ich bin doch nicht weg. Ja der ist bei uns im Bett. Da komm mal, warum ist er nicht größer, doch der ist da. Ja ich... Ja der war vollicu. Ja der war vollicu. Der war vollicu. Der kann was haben. Na dann kommt der Typ. Hab ich jeden. Ich wollte's fett. Wird geballertet, wird geballertet! Ich hätte euch aber so ausgemacht, dass wir übern Nacht spielen. Nein! Ich hab keinen Bock mehr! Wollt ihr mich von den Neuenenku gepompt? Tötet ihn! Nein, meiner! Wieso sind da umso viele. Das ist die Maschine. Wenn wir uns ja noch ein bisschen hochkommen. Bruder, mal gucken, Fortnite ist das. 100. Warte, geh noch ein bisschen. Dieser Mike dann so. Ja, Fucky ist ein ganz lustiger. Schreiben wir mal auf Worte. Ja, aber Hauptsache alle. Drei oder vier von den Spielen mit AC. Oder hast du mir geschrieben, Elo zum abholen? Ah ja. Junge, die haben drei Specs. Freihauten, richtig stark. Was machen die? Auf jeden Fall um alle AC. So, wir müssen anscheinend gut aneigen. Alleaca. Ich komm gleich drauf, Fucky. Warmes, нравится, frag её! Ich muss oben bleiben. Was!? Was?! Nein, der Volk hier oben ist da. Ah, der Solowa? Ja, der ist da. Hä, wie viel hat er getankt? Der wird runtergeschossen von dem Solowa. Da kommt zwei unter dir, oder? Ja, einer ist da oben, die sind zu zweit, einer hat rot. Ja, wenn die pushen, muss ich überhaupt roten. Ja, der pusht mich. Kannst du den hier abschießen? Fack ihn, bau Seite von dem. Ich seh den nicht, ich seh den nicht. Achso, ich hab keinen Block mehr. Äh, warmes. Pass auf. Hä? Hä? Was ist denn das für einer? Er dachte, ich springe ihn rein, er hat nach unten geholfen. Nein, du lebst noch. Er ist 1-Nit, er ist 1-Nit. Er ist 1-Nit, safe. Oder tu it, tu it. Er ist 1-Nit. Erste ist 111, gell? Ja man, er war im F3, digga. Äh, im F3, im F5. Ich hab ihn down, er hab mich aber auch down. Ah, ich hab ihn gar nicht down, er überlebt noch. Ja, der hat überlebt, der hatte ich auch. Der wünschte ja, nice. Oh, alle wurden rausgezogen, alle wurden rausgezogen. Oh, ich hab sie fast gewappt. Ich bin hinter den. Geh nicht drauf, ihr werdet ihn glaub ich nicht bekommen. Nimm ein Sack von euch, Chit. Ich hab ihn noch rein. Ich hab ihn noch rein. Ich hab ihn noch rein. Nur noch vor, nur noch vor. Oh nein. Warte. Ähm. Ben, ich hab 30 Blöcke mit. Ey, Jungs, holt ihn doch mal. Warte. Geht doch. Aber auch direkt ins Hecklo mit. Schön. Warte, ich mach kurz Nice Run. Mach mal ein bisschen länger die da. Oh ne, die waren noch... Was ist die Schicht dort? Weißt du das? 39, ich kann werfen. Nein. Oh ja. Ich bin auch guter Call. Der guckt unten ab. Ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein Gott. Oh, IP. Der ist ruhig. Hat er? Alter Bruder. Ja. Weil die haben zu zweit. Warte, ich hab sonst gar keinen. Ey, das war so obvious. Die standen auf dem TNT schon zu zweit auf der ersten und haben ihn angeguckt. Wir müssen jetzt echt mal, keine Ahnung. Vielleicht wird wahrscheinlich ein zweiter kommen. Nein, ich hab ihn. Alter. Geh mal hier rüber. Das ist die Bau. Ich muss, ich schaff es nicht. Hier wird unten wieder ein... Jungs, Base, Base kommen. Ich hab keinen Base oben. Ich kann nichts machen gegen die. Die werden's willkommen. Wenn dir jetzt... Wenn dir jetzt keiner zu zweit hätte... Ja. Es kann doch schon zu spät sein. Es kann doch schon zu spät sein. Es kann doch schon zu spät sein. Der ist schon bei mir. Der wär jetzt verdreizt, ne? Auf ihn. So. Jetzt kommt auch einer. Jetzt kommt auch einer. Jungs, komm. Hey, ich glaub alles. Ich glaub alles hier. Er kommt, Bett, Bett. Bett vorne. Der hat einen Ticke. Oh mein Gott. Er hat Fake Bett und er hat einen Block abgebucht. Und es war noch 1 Cent und ein 1 Cent. Trotzdem. Ja. Weil die bauen nur unten ab, ne? Wenn wir auf dem Rand bauen. Fake's rum jetzt auf dem 1 Cent. Und ein Board ab. Der unten hat drei Shorts, der kann erstmal nachdenken. Ich bin hinter. Ich bin über den Bau, ne? Dreißblock über den Bau. Push mal den Bau. Kann man nicht. Kann man nicht. Kann man nicht. Wie ist das Bett eingebaut? Oh, der, der, der. Da war's. Der Eisenglock, glaub ich nur. Von allen. Full? Ja, voll. Ein Nails Noshoft, der echt macht zum Ball. Boah hat nen Schott, boah hat nen Schott. Damit nicht hochkriegen. Ich bau grad unten, damit wir untenray haben auf jeden Fall noch. Ich bin gut. Oh, Digger. Bin ich im CW, ist das so? Toch, Paolo wird es fallen. Ich weiß nicht. Paolo fässt sich immer. Kann ich das nicht. Ja, da machen wir, der ist tot. Der überlebt keine Dreifel. Nein, Paolo nicht. Der hat nen Web, der hat nen Web. Paolo, erste, erste, erste. Anderer auch, beide erste, beide erste. Einen hast du schon. Ich geh jetzt aber mit Bogen da und der andere hat. Ist egal, beide da. Da ist ein Sabon gewesen. Haben wir zu wenig Hunger bekommen dafür. Hast du die Blöcke? Das Bett ist Tuga von Bogen. Ja, haben wir Chess? Nein, Chess ist offen. Aber du kannst eigentlich. Wenn der Bett lockst, kriegst das Bett. Neu. Der ist im Saum. Der ist da 8 oder 10. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass er Energie genommen hat. Bin grad drauf, genau in der Sekunde. Ich hab jemanden nicht getötet, wär's der Baseliff gewesen. Biler-Typer, ja. Haki! Ich komm mit nem BRC rein, ist zum Dreck. Haki! Ich komm mit nem BRC rein. Ich komm mit nem BRC rein. Dein Mikrofon zieht unten. Dein Mikrofon zieht unten. Er schieß mal unten ab, er sneakt da. Was ist? Dein Mikrofon. Was ist damit? Penny? Maki. Maki. Ich komm mit dem zu Atmen, danke. Hörst du mich? Ja, man hört dich Atmen, übertrieben. Wir werden das wieder OP bei Temp-C. Hey, hier ist noch 5 Volt. Noch noch Eisen-Spot oder so. Zweites. Da ist Eisen. Da ist ein Base. Der Invectorat war der Fahrer da verraucht. Base? Warte! War die in der Base? Das ist einer. Das waren unsere Schafe, oder? Nein, ich hab gesessen den Schafe. Geht jetzt unten. Schaffe. Unten ist der Onn. Lauf da los! Ich spiel mit unten. Komm mit unten. Komm mit unten. Ja, du hast eingebaut hier. Ja, du hast eingebaut hier. Ja, das ist ein Klasse, der ist ja Der ist roten gebannt Benni, 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 Digga, rennt Ja, roten gebannt Elf, du Legacy Was machst du da unten, Mavis? Ja, er peh, ihn vertreten So, wer hat gecheated bei euch? Top 10 Äh, Base-Reitzer Schließt dich nicht praktisch Ja, da kommt jetzt erstmal keiner, da kommt jetzt erstmal den ganzen Tag keiner Der Base-Reitzer steht auf der ersten und der Bogen ist... Ich hab halt keinen Mengen vertreten Sonst würde ich specken Der Bogen ist kompromosig unter von dir Wer schreibt nach Down? Baut, baut, baut Ey, Paolo ist bei mir Mein Gott, ich hab Halbes Woher, wo kam der? Pass auf, der Bogen ist dort oben, ne? Pass auf, wir spenden auf dich, Nanos Pass auf Oh mein Gott, kriegst du nicht Wie schreibt man Reiche? Hab allem, kommt rein Kommt runter Ey, ich hab Halbes, ich hab Halbes Wer ist das ganz unten mit den Schafen, Alter? Ja, ich werde da umgehen Ich bin jetzt reingegangen Dann ist alles weg Ja, ich bin reingegangen Ich hab... wie er sagt, komm doch Ich geh rein, Digga, der ist weg Gerade noch Ich bin jetzt reingegangen Ich bin jetzt reingegangen Ich bin jetzt reingegangen Ey, ich rede gerade wieder Ultram 4 Bitte chip mal rein Ich bin es locken 17,8 Ich mach nicht, 18 9,9,9 Hey, bestes One-Block, links Bestes One-Block, links Komm, komm, lock Das war das Fall, ich bin jetzt Oh, wow, nix Woh, nix Mach dir Warte doch, ey, was? Du rappt, du rappt, du rappt, du rappt Ich hörte den ein Nice Hey, lass mal Lies, die Gertrottel, ne? Oh, nix Erste da rausgenommen Ey, da waren sogar 2 Nachwuchs gewesen Komm gleich voll der geile Autotext von mir, passt auf Ja, er verändert die Zwiesel Kann ich das überhaupt noch nicht Guck mal, wie ihr Block gesetzt will Und was ist diese Laterne da? Das heißt so, in der Laterne? Welche Laterne, Digga? Wo ist denn da? 105 Laterne Das ist 105. Was für Laternen, Digga. Da hatten wir noch keine Laternen und Strom. Da heizt die so mit Fackeln, oder? Er wohnt in Symbolischer-Dorf. Hä, der ist alleine. Er wohnt in der Kirche einfach dort. Schön geräumig. Damit wir in so einem Tempel, wo wir draußen so Fackeln sind. Pascal, mach mal mit der, Meiji. Pascal! Pascal, guck mal, was Pascal macht hier oben. Pascal, Wemes, guck mal hier oben. Hehe. 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 Oh, Mann. Er kann sich auch bewegen in der Luft. Hehe. Was war das denn? Was war das, Pascal? Er hat sich auch in der Luft dringend rumgegucken. Hehe. Er war einfach auf dem Fliegen und drehte sich auch noch so mit im Kopf. Hehe. Boy, hafst du es am Hecken. Hehe. Er ist one-hit. Oh, Mann. Uh. Hehe. Und Spaz-Team. Mo, es waren die Staffel in CW. Sie gehen in die Runde BW. Sie beweilen. Ole, ole. Warte, warte, Junge. Bitte mach das weg, Alter. Bitte mach das sofort weg, Alter. Bitte mach das sofort weg, Alter. Bitte mach das sofort weg, Alter. Hey, das ist wohl geil, Alter. Hey, was ist geil?